Ich habe beinahe 300 Spiele verloren, 26 Mal, wurde mir der Wasserbieter anverkauft und ich habe versagt. Ich bin immer und immer wieder gescheitert. Das ist der Grund, warum ich so erfolgreich bin. Wer hat das gesagt? Michael Jones. Michael, er hat uns. Was will er damit sagen? Ihr könnt Fehler machen, aber macht sie mit Überschreitung und lehrt auf die Fehler. Geht durch, seid viel ständig und dann werdet ihr auch erfolgreich sein. Wenn ihr jetzt rausgeht, gebt ihr 100%. Was muss denn, dass ihr hessischer Spiel wollt? Nichts anderes. Das Pokalspiel, du oder nein? Abwählen. V Sex 3-1-1-1-3-1-1-1-1!